Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich einen Doppelschalter bzw. eine Serien-Wechselschaltung fachgerecht anschließen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich im Anschluss an einer elektrischen Anlage arbeiten werden, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Strom jetzt genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltplan an, wie das Ganze jetzt eigentlich richtig funktioniert. In meinem Fall komme ich mit einer 3-artigen Zuleitung, nimm 3x1,5mm zu meinem ersten Serien-Wechselschalter und von daraus geht es dann entweder mit einer 7-artigen Leitung weiter oder wie bei mir hier mit einer 3-artigen Leitung und einer zusätzlichen 5-artigen Leitung. Das hat bei mir jetzt den Sinn, dass man es einfach besser farblich erkennen kann. Und wenn wir das haben, dann können wir auch mit einer 3-artigen Leitung weiter zu meiner ersten Lampe gehen und anschließend noch mit einer 3-artigen Leitung weiter zu meiner zweiten Lampe. Der blaue Neutralleiter wird nur bei unseren Lampen benötigt, deswegen wir diesen auch direkt durchziehen können und anschließend klemmen wir natürlich bei unserer ersten Lampe und auch bei unserer zweiten Lampe an. Der grün-gelbe Schutzleiter schaut relativ ähnlich aus, auch dieser geht hier direkt durch zu meiner ersten Lampe und dann auch zu meiner zweiten Lampe. Nur der meistbraune Außenleiter, der ist jetzt natürlich etwas komplizierter in unserem Fall, da so ein Serien-Wechselschalter nämlich aus zwei einzelnen Wechselschalter besteht, zum einen mal hier auf der linken Seite einer und hier auf der rechten Seite. Und wie man das Ganze jetzt nicht richtig verdrahtet, das gehen wir jetzt mal durch. Wir kommen mit unserem braunen Außenleiter direkt auf die Eingangsklemme L1 von unserem ersten Serien-Wechselschalter. Von hier aus wird das Ganze dann geschalten und wir erhalten erst einmal zwei Ausgangsklemmen, welche zum einen mal mit einem Pfeil nach unten und einer 1 gekennzeichnet sind und mit einem Pfeil nach oben und einer 1. Von hier aus geht das Ganze dann in meinem Fall jetzt mit einem braunen Außenleiter direkt weiter zu unserem zweiten Serien-Wechselschalter und wir schließen es ebenfalls wieder bei dem Pfeil nach oben und der 1 an und hier unten schaut es genauso aus, Pfeil nach unten und die 1 direkt rüber zu unserem zweiten Serien-Wechselschalter, der Pfeil nach unten und der 1. Hier wird das Ganze jetzt dann nämlich geschalten, also unsere korrespondierenden Leiter gehen dann weiter zu unserer Ausgangsklemme L1 und hier können wir dann auch schon den braunen Außenleiter direkt zu unserer Lampe führen. Bei meinem zweiten Wechselschalter und somit auch bei meiner zweiten Lampe schaut es eigentlich relativ ähnlich aus. Hier muss ich jetzt einmal bei der Eingangsklemme L1 die zweite Klemme verwenden, denn diese sind ja elektrisch miteinander verbunden und von hier aus kann ich dann auch mit einem freien braunen Außenleiter mal direkt auf meine Eingangsklemme L2 hier drauf gehen. Anschließend wird das Ganze wieder geschalten, ich erhalte hier oben meine Ausgangsklemme mit einem Pfeil nach oben und einer 2 gekennzeichnet. Von hier aus kann ich dann auch direkt mit einem schwarzen Außenleiter mal auf meinem zweiten Serien-Wechselschalter gehen, natürlich wieder die Klemme verwenden, welche dieselbe Bezeichnung hat und hier unten die zweite Ausgangsklemme, auch hier schaut es wieder ähnlich aus, Pfeil nach unten 2, hier gehe ich mit dem grauen kurspondierenden Leiter rüber wieder auf meine Klemme Pfeil nach unten 2 und anschließend erhalte ich hier noch meine Ausgangsklemme, welche mit L2 gekennzeichnet ist. Von hier aus nehme ich mir dann meinen braunen Außenleiter, welcher direkt zu meiner zweiten Lampe führt. In der Praxis komme ich von links drüben mit meiner dreiartigen Zuleitung, hier habe ich meine dreiartige und fünfartige Leitung, welche direkt weiter zu meiner zweiten Hohlwanddose führt. Wie gesagt, das Ganze könnte ich auch mit einer siebenartigen Leitung lösen und diese zwei Leitungen hier drüben sind auch dreiartige, welche jetzt zum einen zu meiner ersten Lampe und natürlich auch zu meiner zweiten Lampe führen. Wie man solche Lampen im Fachgericht anschließt, habe ich übrigens auch schon mal ein extra Video gemacht und jetzt geht es einfach darum, dass ich meine Leitungen hier unten um gute 10 cm mal noch abmanteln muss und am Ende sollte noch ca. 1 cm jeweils von dem Mantel in die Hohlwanddose überstehen, dass ich auch eine entsprechende Zugentlastung noch habe. Danach lege ich mir meine blauen Neutralleiter und auch meine grün-gelben Schutzleiter mal alle nebeneinander und kann das Ganze jetzt auch auf dieselbe Länge, nämlich mit einem einfachen Seitenschneider gleich abkürzen. Auf der anderen Seite mache ich dann genau dasselbe, aber achte natürlich auch mal darauf, dass ich genug Reserve in meiner Hohlwand bzw. Unterputzdose habe. Im nächsten Schritt isoliere ich alle meine Leiter auf genau 11 mm ab, so wie es für meine Klemmen und vor allem auch für die Klemmen für die Serienwechselschalter jetzt passend ist. Und danach kann ich auch schon alle meine blauen Neutralleiter und vor allem auch meine grün-gelben Schutzleiter in so einer Klemme miteinander verbinden. Wenn auch das passt, können wir die Klemmen mal in unserer Hohlwanddose schön verstauen. Wichtiger aber ist, dass natürlich die Dose auch unbedingt tief genug sein muss. Und somit haben wir die blauen Neutralleiter und die grün-gelben Schutzleiter jetzt auch schon richtig miteinander verbunden. Und jetzt geht es mal mit den zwei Serienwechselschalter weiter. Hierfür muss ich den Schalter mal laut meinem Schallplan auch richtig anklemmen. Ich komme von hier oben mit meinem braunen Außenleiter meiner Zuleitung bei L1 drauf. Da muss ich das Ganze mit einem freien braunen Außenleiter mal auf L2 überbrücken. Der Außenleiter, den habe ich jetzt circa 8 cm lang gemacht. Das passt soweit auch. Hier oben links kommt mein schwarzer Außenleiter drauf. Hier oben rechts der braune Außenleiter meiner dreiartigen Zuleitung, welche hier rüber geht. Hier unten links mein grauer Außenleiter. Und hier unten rechts noch der braune Außenleiter meiner fünfartigen Leitung. Natürlich bauen wir unseren Schalter jetzt um 180 Grad gedreht Richtung Hohlwanddose schauend ein. Ich habe das Ganze mal verkehrt herum angeschlossen, damit man es einfach besser erkennen kann. Und zuvor habe ich hier links und auch hier rechts mal noch die zwei Schrauben rausgemacht. Dadurch konnte ich nämlich diese sogenannten Spreizgralen entfernen, die wo einfach nur zur Befestigung Unterputzdosen geeignet sind. Und im schlimmsten Fall könnten sie in meiner Hohlwanddose sogar einen Leiter hinten beschädigen. Deswegen unbedingt raus damit. Danach geht es jetzt weiter, indem ich meinen Einsatz mal bei den entsprechenden Befestigungsschrauben hineingebe. Anschließend kann ich das Ganze noch mit einer Wasserwaage oder mit den entsprechenden vorgefertigten Linien hier ausrichten. Und dann muss ich es natürlich auch noch bei den Schrauben festdrehen. Wenn auch das passt, mal den entsprechenden Rahmen aufbringen. Danach kann ich meine Wippe hier auch aufklipsen und natürlich noch meine zwei Blenden von vorne drauf machen. Und somit ist jetzt der erste Serienwechselschalter auch schon fachgerecht angeschlossen. Und wir können uns mal den zweiten hier anschauen. Auch hier müssen wir unsere Leiter nur noch laut Schallplan mal richtig anklemmen. Hier oben links kommt der schwarze Außenleiter drauf. Hier in der Mitte ist der erste braune Außenleiter, welcher zu meiner Lampe hochgeht. Und zwar zu der, welche ich anschließend mit der rechten Seite hier betätigen möchte. Hier oben rechts kommt der braune Außenleiter meiner dreiatrigen Leitung von hier drüben drauf. Hier unten links der graue Außenleiter. In der Mitte haben wir dann auch wieder den braunen Außenleiter zu meiner zweiten Lampe. Und zwar dieses Mal, mit dem ich später hier auf der linken Seite das Ganze schalten möchte. Und hier rechts drüben kommt dann auch noch der braune Außenleiter meiner fünfartigen Leitung von hier drüben drauf. Im nächsten Schritt muss ich natürlich meinen Einsatz auch hier wieder bei den entsprechenden Befestigungsschrauben hineingeben. Danach das Ganze wieder mit einer Wasserwaage oder mit den entsprechenden Linien ausrichten. Und dann können wir es auch schon wieder festdrehen. Jetzt den Rahmen mal wieder dementsprechend aufbringen. Natürlich auch hier meine Wippe wieder dementsprechend aufklipsen. Und ich kann dann auch schon die zwei Blenden vorne drauf machen. Und wenn das Ganze jetzt richtig montiert ist, können wir mal wieder Spannung auf das System hier drauf geben. Und kontrollieren das natürlich auf Funktionalität. Wenn ich den Schalter auf der linken Seite jetzt betätige, kann ich das Licht jeweils an- bzw. ausschalten. Und auf der rechten Seite schaut es bei mir natürlich jetzt genauso aus. Und ich würde sagen, somit haben wir dann auch schon eine Serienwechselschaltung fachgerecht angeschlossen. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens einen Doppelwechselschalter, verschiedene Leitungen oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.